Jawoll! Oh, ist besser! Jawoll! Geil! Yes, ich habe einen drauf. Guten Morgen Leute, Hubert ist hier und der gute Eugen, oder soll ich besser sagen The Big Lebowski. Wir haben uns gestern hier ordentliche Sonnenbrillen geholt, denn wir haben eine lange Fahrt vor uns. Es geht nach Norwegen und dann wird mir viel Sonne in den nächsten Tagen haben. Wir sind drei Tage unterwegs hier mit dem Bang Bus, den wir uns organisiert haben. Da drin ist schon alles drin. Kajaks, drei Stück haben wir da drin, jede Menge Angelsachen, Hiking Sachen. Eugen hat seinen Rucksack, seine Komplettausrüstung schon an. Der will gleich direkt schon losgehen am liebsten. Naja, auf jeden Fall steht ein geiles Norwegen Abenteuer. Wir sind im neuen richtig krassen Revier. Und wo wir hinfahren, sagen wir euch noch nicht. Es geht nur auf jeden Fall weit in Norden. Da wo die Heilbutte sich stapeln, sagt man. Und unser Ziel ist nicht weniger, als den neuen Heilbutt Weltrekord vom Kajak mit der Fliegenroute zu fangen, Leute. Ja, ich habe die Fliegenroute mit. Ich werde nicht die ganze Zeit damit fischen, aber wenn die Bedingungen gut sind, und es werden sie sein, werde ich damit fischen. Und auf jeden Fall wird es eine geile Sache. Kajakangeln, Catch and Cooks, Hiking und so weiter. Lass dich einfach überraschen. Jetzt stellen wir es mal ein. Wir haben 5.30 Uhr, starten hier in Köln und werden die nächsten drei Tage on the road sein. Also, viel Spaß. Let's go. Lass uns das. 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 Was ist denn echt ein Biss? Warte, oder? Das ist halt so. Das ist schon mal guter Start. Also, ich habe da so ein Basta hier. Ich weiß nicht, ob ihr das mal sagt. So ein kleines Basta-Boot. Hab ich mal von gehört. Es ist so ein finnisches Alu-Boot. Ein Hechtboot eigentlich. Hier für die Scherengärten gebaut. Und deswegen gibt es hier das, was ich Basta-Wetter nenne. Nee, wenn da draußen, wenn ich mit dem Basta rausfahren kann, weil das hat nur so eine hohe Seitenwand, dann Feuermeld. Und den Rest und das macht halt viel mehr Spaß. Je kleiner das Boot, umso direkt der Kontakt zum Fisch. Weißt du, da ist ja eigentlich leichter fischen. Keine Fische mit einer Forellenrute. Also mit einer Zanderrute, wenn es hochkommt. So Leute, wir sind endlich angekommen jetzt. Beim guten Christoph, aber wir kriegen jetzt schon was feines Essen gemacht hier. Haben wir schon einen Elch gesehen, einen Fuchs gesehen. Einen Elch-Kuh gesehen mit zwei Jungen. Das ist einfach perfekt. Der Elch steht da am Laden. Wir müssen reden über Christopher von Estorix. Tjongs Fjord Lodge. Wer betreibt das Ganze hier? Dem gehört quasi ganz Tjong. Ganz Norwegen. Ein Norwegen. Aber kein Untersetzer. Nee, das geht nicht, ne? Das geht nicht. Ganz Norwegen ist kein Untersetzer. Ja, Lagebesprechung gerade gemacht. Und jetzt müssen wir erstmal was essen. Ankommen. Und dann werden wir vielleicht trotzdem heute noch rausgehen. Christopher sagt, vom Ufer werden wir auch richtig geil fahren können. Vom Kajak ist es direkt 500 bis 1 Kilometer nur raus. Also 500 Meter bis 1 Kilometer. Dann sind wir bei einem geilen Spot schon. Und ja, was soll ich sagen. Sieht gut aus. Ich habe ein geiles Gefühl. Ich bin schon richtig aufgeregt. Wenn es nach mir geht, fahren wir gleich direkt schon Kajaks raus. Attacke. So Leute. Wir packen jetzt die Sachen ein. Die letzten zwei Wochen war Hammerwetter. Die ganze Zeit Sonnenschein. Jetzt kommen wir an. Es ist erstmal die ganze Woche Regen gemeldet. Aber ist egal. Wir machen das Beste draus. Und jetzt werden wir heute mal die Ufergegenden unsicher machen. Vom Ufer Meerforelle, Lachs, Makrele, Pollack und Köhler fangen. Vielleicht auch einen Dorsch. Schauen wir mal. Wäre geil, wenn wir überhaupt was fangen. Aber da bin ich ziemlich sicher. Christopher zeigt uns jetzt ein paar geile Spots, wo wir vom Ufer echt gute Stellen haben. Und dann heute Abend soll es ein bisschen besser werden das Wetter. So ab 8 Uhr. Und dann werden wir bis in Mitternacht reinfahren. Also bis in so 1, 2 Uhr morgens wahrscheinlich. Es wird ja hier eh nie dunkel im Sommer. Und dann werden wir vom Kajak angeln. Jetzt ist das Ziel erstmal einfach nur unser Mittagessen zu fangen. Und das Abendessen zu safen. Denn wir wollen einen geilen Fischwrap machen. Wir haben uns geile Burritos geholt. Schön Avocado, Tomate, Gurke. Und da dann frisch gebratenes, frisch gefangenen Fischfilet drauf. Wäre natürlich ein Traum. Oder Eugen? Ja. Dann würde ich sagen, let's go, oder? Let's go. Es geht hier halt direkt runter. Du hast hier hinterher gleich 18 und 30 Meter tiefes Wasser. Du hast halt eine Kante. Bei Erbil ist die besser zu bewuschen. Da von der Mischmusstelle, weil du näher an der Kante bist. Bei Fuß stehst du zu weit von der Kante weg. Genau. Dass das eine besondere Stelle ist, haben alle verstanden, auch wenn man sie so anguckt. Die Stelle ist aber nochmal besonders, weil bei Flut läuft das Wasser in die andere Richtung rein. Das heißt, so läuft es aus dem See raus. Da rechts. Und bei Flut läuft es, äh, bei Elbe läuft es raus, bei Flut läuft es rein. Das heißt, hier passiert immer irgendwas. Und bei Flut. 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 Eugen, ich glaube wir haben unser erstes Makrele, oder was das ist? Jawoll! Boah, schön! Genau das, was wir für unseren Burrito brauchen, für unseren Fischrägen. Boah, die sieht voll schön aus. Ja man, die müssen wir direkt versorgen. Richtig gut! Ja, auf den kleinen Jig. Yes! Geil! Boah, schön! Lecker! Lecker! Boah, jetzt will ich hier abwischen. Hier ist ich. Brauchst du Hilfe? Ja! Oh ne, die ist ab! Oh! Sie sehen, sie ist noch dran! Ist noch dran! Sehr cool! Super schöne Fische! Schöne Farbe! Ja, die schmecken so lecker! Okay! Oh! Direkt Fisch! Wow! Mach an! Yes! Ein Wurf, direkt Fisch da vorne! Da stehen die Makrele noch! Das ist 100 pro Makrele! Diesmal auf den Snap! Und das ist geil an Snap! Damit kommt ihr einfach viel weiter raus! Und fangt einfach so gut wie alles! Ich bin gespannt, ob wir den kriegen! Weil die Makrelen haben auch ein relativ weiches Maul! Ich darf mir nicht so hart drillen! Noch ist sie dran! Jetzt bin ich froh, dass unser Köcher bereit ist! Aber es kann auch wieder was anderes sein, Eugen! Aber ich bin mir sicher, es ist eine Makrele! Oh ja! Eine gute! Boah! Wow! Jetzt gibt sie Gas! Kann sie ein bisschen aufmachen? Boah! 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 Das ist vielleicht doch was anderes, Eugen! Wahnsinn! Vielleicht ist es noch eine Meerforelle! Wahnsinn! You never know! Ey, das ist so geil hier einfach! Du weißt auch nicht, was es ist, ne? Das ist auf jeden Fall was Besseres! Boah! Eine richtig gute Makrele! Boah! Das ist die Mutter aller Makrelen hier! Ah ne, das ist ein Köler, Eugen! Geil! Ein kleiner Köler! Ey, die haben auch richtig krasse Power, Mensch! Na komm her, mein Guder! Geil! Jo! Yes! Geil! Hab einen! Wahnsinn! Ja, richtig krasse! Boah! Das ist doch richtig Gas! Alter! Junge! Der da war auf jeden Fall! Auf viele Power! Das ist ein guter! Yes! Geil! Ein richtig fett! Das ist doch schon ein geiler Stab! Ey, der ist fast maßig für die Küche! Na? Dass das eine besondere Stelle ist, haben alle verstanden! Wahnsinn! Schmeckt so gut! Ja! Guck mal Leute hier! Wir haben hier unser Nachbar gerade einen neuen Spot! Hi! Hi! Also ich kenne ihn vom Fishing King! Da habe ich mal einen Angelschein gemacht und habe ihn schon oft bei YouTube-Videos gesehen! Haben wir geil! Haben wir geile Videos! Wo hast du einen Angelschein gemacht? In welchem Bundesland? In Schleswig-Holstein! Ah, in Schleswig-Holstein! Mega! Und dann hat alles direkt geklappt? Super! Also das ist eine super Internetseite für Angelschein machen! Das finde ich ganz, ganz große Klasse! Ja, das gehört Leute! Ja! Damit kann man einen super Angelschein machen! Alle, die noch keinen Angelschein von euch haben, wissen jetzt auch nochmal Bescheid! Fishing King! Dann kann man den online machen! Top! Supergeil! Danke dir! Gerne! Dann euch viel Spaß auch noch! Euch Petri Heil! Danke! Ihr auch! Das ist ja Wahnsinn! Das ist der letzte Spot und auch der gefährlichste! Ich bin aber überlegen, wo wir hier runterkommen, weil es wäre halt scheiße, wenn die Steine sich lösen und auf einmal schön so ein Bein gebrochen! Wie? Genau so! Dann fahr mal wieder, oder? Dann fahr mal wieder! Oh! Oh! Hallo! Hallo! geht es ans filetieren bzw kochen und dann machen wir mal die kajaks vor und geht es heute abend noch aus heute ja sag ich doch nicht so jetzt ist unser neues filetiermesser das gab es ja jetzt bei der sommeraktion an die ersten 100 und ich muss sagen ich habe mir auch eins geschnappt es ist echt saugut es ist saugut pass mal auf was jetzt passiert es gleitet quasi wie von alleine durch den fisch du musst quasi gar nichts machen verletiert ihn komplett von alleine ein bisschen sauber machen hier nieder geil war ja hier sind noch ein paar kräfte die ziehen wir jetzt noch runter perfekt komplett jetzt haben wir nur die in der mitte brauchen wir hier einen leichten schnitt nur einen perfekt nehmen wir die auch raus perfekt die kann man schön auf der haut braten zack zack gehen wir noch schnell schmeckt heftig auf 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 da Ich hab's nicht ohne Schafen gekriegt. Kann man essen, oder was? Richtig gut. Richtig lecker. Guck mal hier. Schmeckt so gut. Makreti ist richtig gut. Ich fahre nämlich jetzt gleich noch mal raus, Leute. Herr Christopher höchstpersönlich wird uns hier ein paar geile Stellen zeigen, sodass wir dann morgen genau schon die Topstellen mit dem Kajak kennen. Jetzt erstmal mit dem Boot. Ich zeig dir die ganzen Ecken hier. Und die Tiefen, die es da sehen ist. Ist ja viel besser. Und hier, oder? Ich bin ein paar Mal mit dem Kajak du die dumpf Assen gestern. Das ist ja schon mal so. Ich hab's nicht mehr gegründet. Untertitelung. BR 2018 Jawoll, geil. Yes sir. Jawoll, schön. Keilo. Jetzt drückt man die Tauben, dass der auch hängen bleibt. Dass wir morgen hier unsere geilen Seelachsnuggets hinkriegen. Schön. Ja, auf echt so 40, 50 Meter stehen sie. Richtig schön. Jawoll. Schöner Fisch, wa? Mega. Geil. So schön. Ja, so gut, so lecker. So schön. Gute Essgröße. Ja, perfekt. So, jetzt Fisch der Eugen hier auch mal. Ich habe mal die Rolle gegeben. Ich mache mir eine andere fertig. Genau, nicht gegen die Reden knallen. Am besten ein bisschen drüber mit der Rolle, genau. Bisschen aufgeregt. Ja? Wie muss das sein? Boah! Was geht denn hier ab? Das ist richtig fett, Junge. Ey, der ist richtig fett. Ja, dann konzentrier dich, Eugen. Vorsicht, genau. Sehr schön. Sehr schön. Geil. Ist eine richtige Maschine dran, wa? Ja, ja. Die ist, äh... Vorsichtig, Eugen. Ist denn den ich verliere. Sieht gut aus. Ja? Boah. Boah, ein schöner Fisch, Eugen. Geil. Petri, Eugen. Alles gut. Der wird lecker. Schön. Jawoll. Der ist gar nicht mal schlecht. Seelachs. Ja, ich glaube auch. Schön hier im Freiwasser beim Einleiern jetzt, hier bei der letzten Drift noch einen schönen Fisch draufgekriegt. Boah. Geil. Schön. Ja, das ist bestimmt ein Seelachs, so wie der kämpft. An den Schlägen. Geil. Ist das ein Dorsch, oder? Kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Könnte aber auch ein Dorsch sein. Ah, der kommt da. Nee. Oder? Kann man sehen? Da ist ein Seelachs. Aber ein schöner. Echt schöner. Geil. Geilo. Saugut. So, Leute. Das ist der gute letzte Fisch des Tages. Wir fahren jetzt wieder ran, werden die Fische noch schön filetieren. und dann gibt es morgen ein richtig geiles Mittagessen und ein geiles Abendessen. Und wir müssen jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Wir haben jetzt nämlich, wie lange haben wir? Halb zwei oder was schon? Ich meine, hier ist mein Handy schon lange alt. Ich habe keine Ahnung. Kein Zeitgefühl mehr hier. Vorbei. Die Sonne scheint. Kann nicht so schlimm sein. Ja. Na gut. Wir greifen morgen wieder an. Bis dann, Leute. Ciao. Guck. Oh, Mann! So Leute, heute ist der Tag, gutes Wetter, perfekte Bedingungen und wir werden jetzt schön mit den Kajaks rausfahren. Das Ganze machen wir so. Wir könnten ja jetzt einfach hier rausfahren. Wir haben die ja hier schon vorbereitet, waren auch schon, haben eine kleine Übung gemacht, haben den ersten Dorsch auch schon gefangen, beim Schleppen gleich hier vorne. Aber wir wollen ja heute auf die großen gehen, Highboot, Steinbeißer, Seelachse, Pollack, am liebsten Highboot. Aber schauen wir mal, ich freue mich auch auf jeden anderen Fisch, denn vom Kajak ist das Ganze nochmal mal 10 von der Freude her und von der Intensität. So und jetzt müssen wir, das wollen wir aber dazu an richtig krass weit entfernte Plätze fahren. Und deswegen, vielleicht schauen wir uns jetzt mit dem Boot raus, schau mal da, irgendjemand macht schon die Klappe runter. Sau geil. Dann werden wir jetzt mit dem Kajak rüberfahren und die dann schön aufladen. Und dann bringt er uns an Orte, die, ich sag mal, 30, 40 Kilometer entfernt sind. Dann würden wir erstmal ein paar Stunden hin paddeln oder Tage. Und so sind wir da in der Kürze und können verschiedene Spots dann auch immer wieder befürchten. Ich würde sagen, let's go, oder? Ich bringe jetzt das erste Mal rüber. So Leute, wir angeln jetzt noch nicht vom Kajak, weil wir uns erstmal gerade hier Köderfisch fangen. Das ist alles voll mit Baitfisch. Man weiß noch nicht, was es ist. Können Köder sein, Makrelen sein, alles. Auf wie viel Meter? Komplett über Grund runterlassen. 35, ja, siehst du ja, das ist eigentlich die ganze Wassersäule voll Fisch. Machen wir jetzt kurz ein paar Nossa dran. Fangen wir zum Köderfisch. Und dann gehen wir zur spannenden Heilbootstelle. Wir wollen auch mit toten Köderfisch angeln. Das machen wir jetzt gerade vom Boot, weil es einfach schneller geht hier. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, du kannst ruhig weiterfilmen. Hat schon geklappt. Wir haben schon Köderfische drauf. Ich würde sagen, es sind Köhler. Es fühlt sich an wie Köhler. Und, und, und? Geil, guck mal hier, direkt drei Köhler. Der erste gefällt mir am besten. Ja, saugut. Schön, klein. Perfekt. Perfekt. Fast ein bisschen mehr wie Handlang. Dann hast du den Knoten quasi oben und der Haken passt perfekt an ihn in die Hakenöse rein. Durch die Ringe ziehen. Das sieht auch nicht aus, weil der Geschütz ist der Knoten, ne? Okay. Gut. Halt dich fest, ich bitte deine Kalle noch. So, Freunde. Wir starten jetzt. Macht hier die richtigen Köder jetzt drauf. Beziehungs, haben wir schon. Jetzt machen wir einen Köderfisch drauf. Damit legen wir jetzt mal los. Den lassen wir dann mal runter. Freunde der Nacht. Hier, schweres, fettes Blei. 100 Lips. Hartmono. Ein Circlehook. Drangebunden. Und hier machen wir jetzt unseren Köderfisch dran, den wir gerade Fisch gefangen haben. Abtun mal. Das ist schon heftige Echolische. Guck dir das mal an. Hier, da steht schon ein Köderfisch. Das könnte schon ein halbes sein. Oder ein riesiges Wetterdurch. Gut, aber dann können wir den jetzt mal runter gehen. Wie der Fisch. Das fühlt sich ein bisschen besser an, muss ich sagen. Ich denke, diesmal ist es entweder wieder ein gehackter Köder oder ein plenerer Dursch. Ja, wieder so ein Köder. Hier ist echt alles voll mit Ködern. Boah, Leute, der Eugen hat einen richtig guten Fisch drauf. Der ist ein guter Fisch. Du machst das genau richtig, Eugen. Weiter so. Ich komme jetzt zu dir. Ist alles. Ist ab. Ja, guck mal. Ist ab. Boah, weißt du was? Du hattest, glaube ich, einen riesen Fisch drauf. Scheiße, Alter. Was ist los? Geht das weg? Ja, ja. Du hattest 100 pro. Du hast da den kleinen Köder drauf, ne? Der da gebissen hat. Und dann hat er einen halber drauf gebissen. Ja. Eugen hatte gerade einen halber drauf. Aber einen Überbiss. Der hat mit seinem Gummi einen kleinen Fisch gefangen. Und da drauf ist dann ein Heilboot gegangen. An der kleinen Fisch-Gramm-Route. Das war eine Maschine, Eugen. Den konntest du ja kaum bewegen. Oh, shit. Der Eugen hat einen dicken Fisch drauf. Alles okay. Ich komme. Eugen hat was dickes drauf. Die Rote ist einfach nur krumm. Boah, ich höre schon die Bremse kreischen. Jawoll, weißt du, Eugen. Du machst alles richtig. Oh, ne. Ein schöner Dorsch, Eugen. Geilo. Wie hast du den denn gefangen? Boah, eine richtige Dorsch-Maschine. Der war. Der war. Der erste dicker Dorsch, wa? Vom Kajak. Boah, mega. Wow. So, schaut mal hier, Leute. Das ist Eugens Fisch. Ich habe ihn nur gerade abgehakt. Weil er jetzt superpick geschmückt hat. Schöner Dorsch, den du da gefangen hast. Ich habe es jetzt auf dem Handy nur aufnehmen können. Ja, seht ihr dann auf Instagram. Da könnt ihr uns übrigens auch folgen, Leute. Da machen wir viel behind-the-scenes immer. Das ist ein schöner Dorsch, schöner S-Dorsch. Den nehmen wir mit. Geile Phyllis hat der. Der wird gut schmecken, Leute. Oh, ist besser. Ich habe einen Pollack gefahren. Jawohl. Einleihung? Ja. Ich habe einen Pollack, glaube ich, Leute. Geilo. Aber man weiß es noch nicht. Im Freiwasser hat er gebissen beim Einleihung. Ich habe hier auf dem Echolot schön die Fische gesehen. Komm, lass es ein Pollack sein, ey. Das wäre mein erster Pollack. Das wäre mega. Oh, da kommt er. Da kommt er. Ne, ein Seelachs. Geil. Ein schöner. Alles voll mit Seelachs hier. Megi. Wow. Geil. Mega. Der darf aber wieder, weil nicht unser Zielfisch. Vorne gehakt. Zack. Ich will ja einen Pollack. Köhler haben wir schon gegessen. Gestern. Dorsch haben wir auch schon einen. Den müssen wir heute noch essen. Aber vielleicht stehen hier auch ein paar Pollacks. Yes. Jawohl. Da hat wieder einer zugeschlagen. Ich bin gespannt, was es ist. Fühlt sich ganz gut an. Jawohl. Jawohl. Oh yeah. Hoffentlich ist das diesmal ein Pollack. Ich glaube, da ist wieder ein Köhler von den Schlägen her. Und wie er sich dreht. Aber you never know. Ja, das ist doch geil. Jawohl. Komm schon. Da kommt er. Und? Und? Ein schöner Köhler. Wow. Wow. Wundervoller Fisch. Zack. Da ist er. Wieder voll den Gummifisch genommen. Schön spitz gebissen. Schöner Fisch. Darf gleich wieder rein. Mach's gut. So. Jetzt würde ich sagen, Pollack wäre jetzt mal nicht verkehrt. Oder wir angeln wieder weiter auf Heilboot. Wir müssen jetzt nochmal Lagebesprechung machen. Das ist ein Köhler, das ist ein Köhler, das ist ein Köhler. Das ist ein Köhler. Musik So Leute, da sind wir wieder Wir haben die Fische noch rausgenommen Wir haben einen schönen Dorsch gefangen Beziehungsweise ein paar Dorsche Wir haben uns jetzt geil zubereitet Schön mit Macaroni, einer tollen Tomatensauce Schön mit Tomaten, Mais Und geilen frischen Dorsch Das wird jetzt richtig lecker Weil wir hatten heute kein Mittagessen Wir haben richtig gefastet jetzt Und ich würde sagen Leute Wir haben noch nicht unseren Zielfisch den Heilgut gefangen Leider auch kein Steinbeißer Wir haben es aber probiert Ist nicht immer so einfach Und wir hatten nicht so viel aktive Angelzeit Weil der letzte Tag war nicht so gutes Wetter Einen Tag eigentlich noch nicht Genau Wir werden morgen nochmal hier eine andere Sache machen Da gehen wir ab hier in die Berge Bergsee fischen Da gibt es ein extra Video zu Und ich werde aber noch ein bisschen länger hier bleiben Eugen fliegt schon am Montag zurück Ich bleib noch ein bisschen länger hier Werde noch ein Video mit Victor und ein paar Videos mit Victor drehen Und da werden wir es dann mit der Fliegenroute Und vom Kajak nochmal auf Heilboot In einem anderen Revier noch probieren Also bleibt auf jeden Fall dran Abonniert den Kanal Wenn ihr das noch nicht gemacht habt Damit ihr das nächste Video Wo wir den Heilboot vom Kajak fangen Nicht verpasst Und wenn es euch trotzdem gefallen hat Uns hat es gefallen oder? Daumen nach oben Und wir sehen uns in den nächsten Videos Macht es gut Leute Euer Hubertus und euer Eugen Tschüssi Ciao